Halten wir mal kurz fest, die Mentefälle sind sowohl Angestellte als auch selbstständige Opfer. Und dann sind die da von neun bis fünf am Arbeiten und dann trinken sie noch ein Bier und dann gucken sie noch... Am Wochenende müssen sie sich alle betrinken, damit sie mit der Scheiße irgendwie klarkommen. Aber ich habe da nochmal für mich gemerkt, in diesen zwei Monaten, shit. Also du hast zwei Monate ausgehalten? Ich habe zwei Monate ausgehalten, geil. Dass alle Menschen morgens aufwachen und nicht den Mut haben, was eigenes zu machen. Nicht den Mut haben, mal was zu starten, mal zu sagen, ich traue mich jetzt mal, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja, herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier, zusammen mit Marvin Stauffenberg aus Münster. M4 Digital GmbH Recruiting für den Mittelstand. Bisschen Personal, man kennt ihn oder auch noch nicht. Aber dann werdet ihr ihn kennenlernen und in dem Fluch von einem anderen Video, was ich bereits hochgeladen habe. Und wir haben gerade richtig coole Short-Formate wieder aufgenommen. Und dann hat der Max so gesagt, ja Nick, nenn mal ein paar Gründe, warum es so cool ist, sich selbstständig zu machen. Und dann ist Flo schon halb an die Decke gegangen. Warum? An die Decke gegangen. Ja, ich habe den Eindruck, es gibt gerade so einen Hype. Jeder muss es selbstständig machen. Das ist die tollste Lebenszeit überhaupt. Und ich habe Freiheit. Und ich habe gedacht, ey, jetzt mal ehrlich, es gibt doch Nachteile. Ja. Und wir sind beide seit einigen Jahren. Es gibt doch Nachteile. Und ich habe den Eindruck, dass es so, jeder will jetzt, ich weiß nicht, ob man erzählen muss, dass man, also ohne dich jetzt da angreifen zu wollen, ob man jetzt erzählt, man ist selber so geil und man will sich das selber einreden, dass Selbstständigkeit so toll ist. Also ich habe, alle meine Kunden sind Selbstständige und zumindest meine Kunden, sie kommen zu mir, weil sie total unglücklich damit sind. Also ich finde, man könnte auch mal über die Schattenseiten reden. Was sind die Schattenseiten? Ich kenne sie nicht. Nee, nee. Du kennst sie natürlich nicht. Ich kenne die Schattenseiten nicht und ich bin hier Talkshow-Moderator, deshalb, ich gebe den Ball weiter an Marvin. Marvin, was sind so die Schattenseiten an der Selbstständigkeit? Warum sollte man sich auf gar keinen Fall selbstständig machen? Und wenn du halt extremes Bedürfnis hast nach Sicherheit und wissen musst am Anfang des Monats, was am Ende des Monats auf deinem Konto ist, dass du deinen Job noch hast und das alles safe ist, dann solltest du dich nicht selbstständig machen. Also wenn du so sicherheitsliebend bist, dass du sagst, ich kann dann nicht schlafen, wenn ich das nicht weiß. Das heißt, es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder du bist einfach ein richtig geiler Typ oder ein Selbstständigkeitsrichtiger für dich oder du bist einfach so ein sicherheitsbedürftiges Opfer. Opfer sagst du jetzt. Ansonsten gibt es tatsächlich nicht so viele Gründe, die gegen Selbstständigkeit sprechen. Aber ich habe auch durchaus oft Kontakt zu Leuten, die sagen, ich bewundere das voll, dass du nicht weißt, am ersten des Monats, was kommt am 30. oder 31. dabei rum. Und dann sage ich, das ist doch gerade das Geile an diesem Game, dass das halt nach oben auch gar nicht offen ist. Also es gibt gar keine... Ist gar nicht offen nach oben, ne? Also die Begrenzung ist so irgendwo weit, weit oben. Und klar gibt es auch mal schlechte Monate und so. Aber die Chance ist, jeden Monat zu einem geilsten Monat zu machen, den man machen kann als Selbstständiger und so vielen Leuten zu helfen, wie man einfach nur schafft, dass man ihnen helfen kann. Und deswegen finde ich, die Chance ist viel größer als das Risiko. Aber ich verstehe 100 Prozent, wenn Leute sagen, das traue ich mir nicht zu oder das Risiko ist mir das nicht wert. Und ich gehe einfach ins Büro, mache meinen Job und weiß, was ich habe. Weiß, wann ich frei habe. Weiß, wann ich Ferien habe. Weiß, wann ich Freizeit habe. Das weißt du als Selbstständiger halt nicht. Das ist halt auch so ein Thema. Also du musst halt da auch mal Abstriche machen, gerade in den Anfangsjahren. Und musst da vielleicht auch mal auf was verzichten. Und wenn man da nicht drauf verzichten möchte, gibt es auch genug Leute, die sagen, möchte ich nicht. Dann wärt nicht Unternehmer, also zumindest nicht Selbstständiger, Coach, Berater, Trainer oder sonst was auch immer. Ansonsten denke ich, gibt es 100.000 andere Gründe, die halt dafür sprechen, selbstständig zu werden. Ja, ich kann an der Stelle mal kurz ungefragt den lieben Ben einmal zitieren, weil, also der Ben hat in einem Coaching-Call mit unseren Klienten, da war ein Klient da, der hat gesagt, du schau mal, ich habe eine Selbstständigkeit, die läuft bereits richtig geil, aber die macht mich halt komplett fertig und gesundheitlich geht es halt nicht mehr. Und ich habe jetzt Agenturgeschäft kennengelernt und mega gut und ich habe es jetzt verstanden, wie es geht. Und ich bin jetzt hier schon ein paar Monate dabei und habe es für mich selbst und meine Firma ausprobiert. Und Wahnsinn, das funktioniert, aber ich traue mich jetzt nicht, an meine Kunden zu gehen, die ich schon habe und ich traue mich nicht, den ganzen Switch zu machen, weil ich habe ja Angst, dass das andere dann wegbrechen könnte und so weiter. Und dann hat Ben gesagt, also weißt du, das Ding ist, es gibt so viele Menschen da draußen und wir glauben, dass nur diejenigen, die sich dann anfangen mit Selbstständigkeit zu beschäftigen, ja die einzigen sind, die das irgendwie möchten, aber als ob der Müllmann oder eben die Putzfrau oder auch der Security-Mann oder der Verkäufer oder whoever nicht auch Träume hat. Also wenn man sich auch denkt, Mensch, wäre schon irgendwie cool, vielleicht 60 Tage Urlaub im Jahr zu haben, statt nur 30 oder wäre schon nice, halt irgendwie in einem Einfamilienhaus zu leben, statt halt irgendwie in einer Drei-Zimmer-Wohnung mit fünf Personen oder sowas. Aber unsere gesamte Gesellschaft, und ich bin immer noch im Zitat, baut ja darauf auf, dass wir Menschen haben, die jeden Morgen aufstehen und ihrer Arbeit nachgehen. Und das ist auch immer so, was gerne Menschen zu mir sagen, ja das würde ja nicht funktionieren, wenn alle selbstständig wären und so und wer bringt dann den Müll weg und wer füllt dann nachher die Regale auf und so weiter und sagt ja auch keiner, dass das keiner tun soll. Aber baut darauf auf, dass alle Menschen morgens aufwachen und nicht den Mut haben, was Eigenes zu machen, nicht den Mut haben, mal was zu starten, mal zu sagen, ich traue mich jetzt mal, in die Selbstständigkeit zu gehen, ich traue mich jetzt mal, das und das zu machen, sondern sagen, ach komm, ich packe die einfach wieder in den Koffer und dann träume ich wieder davon heute Nacht und dann morgens sage ich wieder, ach egal, kann auch bis morgen wieder warten. Oder auch bis nächstes Jahr oder sowas. Weil, wie du gesagt hast, ich brauche gerade ein Haus und meine Frau ist schwanger und so weiter und ich weiß jetzt nicht, ob es Sinn macht, einen neuen Job zu starten oder in die Selbstständigkeit zu gehen. Und dann hat Ben zu ihm gesagt, sei du doch einfach mal morgen derjenige, der den Mut aufbringt, es zu tun, weil alle anderen machen es ja schon nicht. Also die es noch nicht sind eben. Sei du doch einfach mal der Mutige, weil was soll denn schon passieren? Sollte ich mal reinwerfen hier in die Diskussionskunde? Ja, das Interessante ist, wir kommen, also das ist ja eine Argumentation aus einer, ich sag mal, sehr roten Position. Jetzt sind wir ja alle drei Männer mit ordentlich Testosteron, wir sitzen hier an Dingen und wir sagen, ja, du solltest das machen, was du für das Richtige hältst und du solltest dich trauen, du solltest mutig sein und so. Ja, alles schick. Und wir haben auch festgestellt, es gibt Menschen, denen sind andere Sachen zum Beispiel Sicherheit wichtiger. Gleichzeitig finde ich, und das ist das, wo ihr euch, finde ich, so schön rausredet, es gibt auch emotionale Schattenseiten der Selbstständigkeit. Ja, die Grenze, also nach oben ist dein Verdienst offen, nach unten aber auch. So, und wenn du zum Beispiel einen Monat hast, wo es dir vielleicht einfach mal nicht gut geht, Freundin getrennt, krank gewesen, keine Ahnung. So, das ist der Moment, wo du auch vielleicht mal, auch als Alpha, sag ich mal, Unterstützung brauchen könntest. Das ist der Moment, wo dein Business nämlich auch nicht laufen wird. Das ist der Moment, wo die Anforderungen der Kunden, die dich sonst vielleicht nicht interessieren, oder interessieren schon, aber nicht stressen, auf einmal dir zu viel werden. So, und das sind, finde ich, auch die Phasen, die es gibt. Und ich glaube, also bei dir weiß ich nicht, bei dir weiß ich, dass du auch schon solche, auch schon schlechte Phasen hattest. Und das sind die Phasen, die in dem ganzen Hype, finde ich, aber verloren gehen. So, du bist alleine. Du bist als Selbstständiger alleine, selbst wenn du Geschäftspartner hast. Du bist, also, ja, es ist schön, selbstverantwortlich zu sein, aber du bist auch alleine. Und du entwickelst dich weiter. Meistens ist es so, dass die meisten deiner Freunde deines Umfeldes Angestellte sind. Du entwickelst dich weiter, du gehst in einen ganz anderen Weg. Und je länger du das machst und je mehr du dich auch als Person weiterentwickelst, desto mehr entfernst du dich von deinem Umfeld, umso einsamer wird es. Im Jiu-Jitsu sagt man, ein Schwarzgurt ist der Einsamste auf der Matte. Und das stimmt, das ist die Zielschreibe auf dem Rücken. Wenn ich als Schwarzgurt irgendwo in den Gym reinkomme, wo mich die Leute nicht kennen, will jeder versuchen, also, das ist irgendwie der große Büffel, den man töten will. Ich bin nicht mehr Teil des Teams, sondern ich bin Freiwild. Und es gibt, finde ich, Zeiten und Tage, wo man das sogar genießt. Weil das hat ja auch was Geiles, darüber sprechen wir die ganze Zeit. Aber es sind doch Zeiten und Tage, wo das einfach echt anstrengend ist. Und wo ich mir, sage ich ganz ehrlich, manchmal denke, boah, es wäre jetzt auch echt entspannt. Einfach jetzt mal so zwei Wochen angestellt, irgendwas Hirnloses machen. Geld reinholen lassen. Ja, und einfach mal so, ah, jetzt mal regenerieren, keiner guckt auf mich. Ich bin nicht der, der immer im Fokus steht. Fände ich auch mal geil manchmal. Das ist, finde ich, eine Schattenseite. Du bist einsam. Ja, gelben Schein holen, Kaffee holen, bauchen, lang auf Toilette sein. Das ist auch geil, dann sage ich weg. Weil das Lustige ist, in einem Betrieb von einem Kollegen von mir, der angestellt ist in dem Kontext, die haben so EMPs auf den Toiletten und so weiter in den Pausenräumen gebaut, also um halt dafür zu sorgen, dass die Leute kein Netz haben auf dem Handy. Das heißt halt, weil die halt gemerkt haben, dass wieder viel Arbeitszeit auf den Toiletten verloren geht, weil die halt da sitzen noch und dann sind die halt die ganze Zeit am scrollen und machen weiß er sich was. Das haben da EMPs eingebaut, damit die Leute halt schon wieder vom Topf kommen. Und das, also ich finde, das ist ja das Krasse. Du wirst als Angestellter in der Regel nach Zeit bezahlt. Ich könnte mir nicht vorstellen, als Angestellter zu arbeiten, nach Zeit bezahlt zu werden. Aber das ist gleichzeitig auch sehr entspannt. Ja. Weil du musst dich nicht die ganze Zeit hinterfragen. Du machst halt was dir gesagt. Das ist doch auch schön. Du kriegst halt planbar dein Geld aufs Konto. Egal, ob du jetzt einen guten Tag hattest oder einen schlechten oder ob du zwei Wochen krank warst oder ob du einen Mindestkussschaden hattest und acht Wochen ausfällst oder whatever. Genau. Du hast das Thema Umfeld jetzt eben angesprochen. Wie siehst du das denn als Coach, wenn du merkst, dass dein Umfeld nicht mitzieht? Du wirst jetzt Unternehmer, du fängst an, merkst, okay, alle anderen sind vielleicht angestellt. Der Kegelklub. Der Kegelklub war halt da, wo er ist. Ja, ja, ja. Die Freiwillige Feuerwehr, die Kollegen bleiben da, wo sie sind, keine Ahnung, whatever. Und du merkst, okay, ich wachse jetzt irgendwie weiter oder ich wachse anders, ich gehe einen anderen Weg. Das wird vielleicht nicht mal akzeptiert oder nicht gesehen oder es wird so, ah ja, jetzt macht er sich selbstständig. Was das wohl wieder wird, bist du für was Besseres? Was wir anerkannt haben. Alles durch, ja. Hält sich für was Besseres. Ja, ja. Immer es gleich, ja. Jetzt hier dicke Villa und so, ne. Ja. Typisch Unternehmer, ne, auf Kosten der kleinen. So schön Kaviar und Shampoos. Kosten der kleinen Leute. Ja, so ist es, genau. Man merkt, wir haben da alle schon mal mit zu tun gehabt. Genau, auf die Frage zurückzukommen, Wachstum, Umfeld, siehst du da Spannungsfeld, sagst du, okay, das muss dann so und so laufen, ich muss mich dann von Leuten trennen, ich muss die versuchen zu überzeugen, ich muss die mitziehen. Wie ist das bei dir aus der Praxis? Der Klassiker ist ja, ich habe jetzt, oh, ich habe jetzt so viel gelernt und ich verstehe gerade so viel und so weiter und dann versuche ich mein Umfeld da quasi am Ärmel zu nehmen und mitzuziehen, komm, Mensch, ich zeige dir, ich zeige dir das gelobte Land und die sagen, was willst denn du eigentlich, was für Drogen ist denn du genommen? Und das höre ich dann ganz oft, wo dann die Leute zu mir kommen und sagen, ah, Flo, ich verstehe, die wollen das irgendwie nicht, ich verstehe es nicht und ich habe nur noch Konflikte und dann hören sie hier, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Dann meinen sie, wir müssen ihr ganzes Umfeld einfach alle rausschmeißen und jetzt nur noch mit Selbstständig zu tun haben und dann hast du ein Umfeld aus Menschen, aus irgendwie Alphas, die so ihr Ding durchziehen, deswegen ja auch erfolgreich sind, weißt du, aber fünf einsame Wölfe, die nie gelernt haben, so richtig in Beziehung zu gehen, ist halt immer noch fünf einsame Wölfe. Kann im Business-Kontext gut funktionieren, aber da gibt es nicht die eine Lösung. Ich habe auch, ich habe immer noch gute Freunde, die angestellt sind und die werden das auch bleiben. Also hoffe ich. Also Angestellte oder deine Freunde? Meine Freunde, ob sie sich selbstständig machen, ist mir egal. Also ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Auf der einen Seite, ja, es ist unglaublich wichtig, guten Input auf Augenhöhe zu bekommen und Business-Input auf Augenhöhe von Angestellten funktioniert für einen Selbstständigen nicht. Vergiss es. Und nur Zeit mit Angestellten verbringen ist auch nicht gut, weil du übernimmst das Mindset und die Einstellungen und so weiter. Selbst wenn es dir bewusst ist, so viel kannst du gar nicht bewusst ablocken. Das ist wahr. Das ist aber die eine Seite der Medaille. Die eine und andere Seite der Medaille ist, ganz ehrlich, die meisten Unternehmer, die ich kenne, haben Bindungsprobleme. Die können nicht gut in Beziehungen gehen. Die haben keine vertrauensvollen Beziehungen. Die sind teilweise deswegen so erfolgreich, weil sie halt ihre Strategie, das geht dann meistens bis zurück in die frühe Kindheit, ihre Bindungsstrategie ist Leistung. Deswegen sind sie so erfolgreich und deswegen sind sie auch nicht angestellt. Aber jetzt mit solchen Leuten irgendwie zu versuchen, das, was man mit den Angestellten, die vielleicht in Beziehungen sogar viel besser und viel stärker sind, die wegzuschmeißen auf gut Deutsch und hinzugehen und mit Menschen, die das eigentlich gar nicht können, versuchen Beziehungen aufzubauen, also da kann man auch auf die Fresse fallen. Ich glaube, das ist das Maß, um das so zusammenzubringen. Das Maß ist die Frage und das ist die Kunst. Ich brauche als Mensch irgendwie vertrauensvolle Beziehungen, die mich auch irgendwie erden. wo ich runterfahren, entspannen kann, Oxytocin mir holen kann, auf der hormonellen Ebene. Und das ist nicht unmöglich, aber schwieriger mit den meisten Unternehmern, weil die genau das gleiche Problem haben. Und dann bin ich auf der Mastermind, das ist geil. Und ich denke, so jederzeit. Aber ich brauche das auch im Alltag. Und ich glaube, die Kunst ist das Maß. Beantwortet das deine Frage? Ich habe mich gerade dabei parallel gefragt. Wen hat Nick Gehringer so auf den Prozess zurückgelassen? Also, du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Hast dir ja richtig was aufgebaut. Hast dir einen Namen gemacht. Du gehst in die Sichtbarkeit. Du machst Videos wie dieses hier. Du machst Ads. Du machst Podcasts. Darüber haben wir uns kennengelernt vor drei Jahren. Zwischen den Podcast-Folge, die er gehört hat, mit dem Titel, wie Social Media Marketing wirklich funktioniert. Und dabei ging es eigentlich gerade nur um meinen Selbstfindungsprozess. Und dass ich gerade nicht weiß, was ich machen will. Und ich so irgendwie voll Depri war und so. Und einer so in die Kommentare geschrieben hat, so, geht der irgendwie nicht um Social Media so. Und momentan, ich habe Jutelin, der ist so traurig und so. So traurig. Keine Ahnung. Das war halt irgendwie so abends um 22 Uhr. Aber egal. Und Marvin hat mir dann so auf Instagram geschrieben. Er so, bist voll cool, Mann. Ja, genau. Das waren die Worte. Bist voll cool. Bist voll cool. Lass mal telefonieren. Keine Ahnung. Die Worte waren ein bisschen anders. Kann schon sein. Du hast gesagt, lass mal telefonieren. Aber ich habe, glaube ich, gefragt, ob du auch Coachings anbietest. So eins zu eins oder so. Du warst mein erstes 1 zu 1 Klient. Ich war der Erste? Ja, ich habe noch nie. Also ich habe davor noch nie bezahltes 1 zu 1 Coaching angewunden. Hätte ich ja noch. Dann war es so günstig. Ja. Ja, nachher dann war es günstig. Tausende habe ich genommen im Monat irgendwie. Und wir haben irgendwie viermal, viertel, sechsmal telefoniert. Im Monat. Ja, auch im Urlaub und so. Nick Geringer war am Start. Ja, und du hast von Hecky, deinem dreibeinigen Husky, erzählt in dem Interview. Ja, dachte ich so, cool. Wer adoptiert, ein dreibeinigen Husky? Geiler Typ. Das ist er. Der Messias. Irgendwie machte das alles Sinn, was in dem Interview drin war. Ja, drei Jahre später sitzen wir hier, nachdem wir ja schon auf Ibiza zusammen. Gesessen haben, in der Mastermind damals. Genau. Nichtsdestotrotz, Frage bleibt, wen hat Nick Geringer auf den Weg zurückgelassen? Musste, wollte, konnte? Gab es da wen? Wenn du jetzt zurückblickst, so eine krasse Reise hingelegt? Ja, also ich habe ja mit 16 im Prinzip angefangen, mich selbstständig zu machen. Also das heißt, anzufangen, neben der Schule online eben die Geld zu verdienen. Mit Empfehlungsmarketing, Netzwerkmarketing, Vertrieb und da so probiert. Und genauso, wie es Flo erzählt hat, bin ich erstmal zu all meinen Freunden hin und hat gesagt, ich habe es gefunden, wir werden alle reich, das wird so geil, Mann. Und wir kriegen dann Auto, wenn wir so und so viel verkaufen und hast du nicht gesehen. Und die haben mich erstmal alle angeguckt, die Autos, und haben gesagt, du bist doch komplett Banane. Und also mich hat keiner ernst genommen, keiner hat verstanden, was ich da vorhabe oder nicht vorhabe. Und für mich war es, ich saß so da und habe so gedacht, wir haben doch keine Alternative. Also wir gehen alle zur Schule und machen irgendwelche Nebenjobs, wie Zeitung austragen gehen oder irgendwo in der Küche helfen oder im Service sein. Ein paar von euch machen schon eine Ausbildung und wir gehen jetzt demnächst dann so in ein bis zwei Jahren, je nachdem, wer wie alt ist, dann halt so richtig ins Berufsleben rein. Wir haben doch alle keine bessere Alternative als das, was ich da gerade gefunden habe. So, warum peilt ihr das nicht? Und die haben es halt einfach nicht gepeilt. Und dann war ich so, ja okay, dann ist es halt so. Und dann war halt mein Umfeld die Menschen, die ich online kennengelernt habe, halt über WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen. Man hat dann halt miteinander telefoniert und hat sich halt auf Veranstaltungen getroffen und so weiter. Das war dann so mein neues, entferntes Umfeld. Bis ich dann tatsächlich mal mit der Zeit in meiner Heimatstadt zwei, drei Leute kennengelernt habe, die auch begeistert mal waren von dem, was ich erzählt habe. Und das war dann so das neue Umfeld. Ja, dann habe ich mit 18, also anderthalb Jahre später dann, als ich dann noch fertig war, 18, und hat Schuljahr beendet und so weiter. Und dann war ich so, okay, top. Dann gehe ich jetzt raus in die weite Welt. Und wenn du jetzt fragst, wen habe ich zurückgelassen? Dann eigentlich all die Menschen, die in meiner Heimatstadt gewohnt haben, mit denen ich davor befreundet war oder zu tun hatte. Aber halt eben nicht in einem, hey, ich bin 30 und unsere Kinder gehen zusammen in den Kindergarten und wir kennen uns schon seit der Schule und so heartbroken, sondern so, ja gut, wir haben halt so zwei, drei, vier Jahre miteinander zusammen verbracht und mit manchen ein bisschen in die Schule gegangen. Und es war eh klar, dass sich die Wege früher oder später trennen. Da haben die sich halt einen Ticken früher getrennt. Waren jetzt keine tatsächlich großen Heartbreaks dabei. Weil es gibt ein paar Leute, mit denen halte ich noch Kontakt. Einer von denen ist sogar hier auch auf Kreta. Muss mal gucken, ob er geschrieben hat. Mit dem ich in der Gymnasiumszeit sehr gut befreundet war. Und ja, noch zwei, drei andere, mit denen ich ein bisschen Kontakt halte oder gehalten habe. Weil es halt schwierig. Jeder macht was anderes und du merkst, eigentlich, und das ist auch, ich weiß nicht, wie es bei euch beiden, ich sage jetzt mal alten Hasen ist, im Vergleich zu mir. Aber du führst halt, wenn du erwachsen wirst oder älter wirst, mehr Zweckbeziehungen. Zweckbeziehungen halt insofern, du musst dir überlegen, ein Angestellter, der steht jetzt morgens auf, keine Ahnung, egal ob er Schicht arbeitet oder nicht, sagen wir um neuner. Dann sieht er kurz seine Frau, seine Kinder, falls sie nicht schon weg sind, sagt Tschüss, Kuss, Kuss und dann fährt er zur Arbeit. Und dann sieht er bis 17 Uhr ein und dieselben Gesichter, die er jeden Tag sieht. Und mit diesen Menschen führt er ja auch eine Beziehung, aber er führt ja mit denen im Regelfall nur auf der Arbeit eine Beziehung. Manchmal entstehen ja auch Freundschaften dort, Arbeitsfreundschaften. Manche treffen sich danach auch später. Dann fährt er wieder nach Hause, ist irgendwie vielleicht 18 Uhr da, ist schon völlig fertig mit der Welt, macht sich gerade ein Bier auf, denkt sich, ja cool, Tagesschau gucken und hey, lass mal vielleicht irgendwie, boah, Deutschland spielt heute Nations League, weiß weiß ich was. Und dann ist schon so, statt so am Schreien so, ey, hol mal Jonathan vom Fußball ab und so und das ist gleich, sein Training ist gleich durch und du so, ich hab schon zwei Bier intus und dann sagt sie, ja gut, war eh wieder klar, dann hol ich ihn halt ab und dann isst du halt mit deiner Family und dann ist halt schon 20, 21 Uhr und ist halt, keine Ahnung, ist halt fertig. Okay, Kids müssen ins Bett, dann irgendwie mit Frauen noch über den Tag reden vor dem Fernseher und danach geht's halt irgendwie ins Bett und dann geht's ja morgen wieder los. Und dann am Wochenende, dann triffst du ja im Regelfall deine Freunde, die alle woanders die fünf Tage ihr Leben verbracht haben und irgendwie deine Familie, die ja auch alle woanders ihr Leben verbracht haben. Aber für dich ist ja, das soll jetzt wie gesagt nicht abwertend klingen, aber das ist ja also die Realität einfach. Es kommt dir ganz selten vor, dass du danach ja noch sagst, ja geil, vielleicht gehst du dann nochmal irgendwie mal Fußball spielen oder vielleicht dann nochmal ins Kickboxen, triffst nochmal andere Leute, müssen ja aber auch nicht deine Freunde sein, können ja auch wieder nur Zweckbeziehungen sein, weil die halt dort sind. Weshalb ich, und das ist jetzt das Provokative, die als Selbstständiger viel eher die Chance sehe, dauerhaft coole Beziehungen mit anderen Selbstständigen zu führen, weil mehr Potenzial da ist, miteinander irgendwo mehr Zeit zu verbringen, aber auch nicht muss, weil auch jeder wieder seinen eigenen Weg geht. Ich erinnere mich so zurück und dann beende ich auch meinen Monolog. Ich weiß noch, wie ich als junger Bursche immer mit meinem Onkel unterwegs war, immer wieder und ich hatte da immer Lust mit dem zu sein, weil der war halt so der Jüngste und der hatte eine Riesen-Clique von Freunden, weil sie waren immer so 10, 20 Mann und so und Peer-Party und da und saufen und wir gucken Fußball zusammen und haben Spaß und gehen raus und weiß, was ich was. Und dann irgendwann, ich weiß nicht, wie alt er war, vielleicht irgendwie 30, Anfang 30, Mitte 30, sowas höchstens und ich so, du, ich weiß nicht, was ist mit deinem ganzen Freund eigentlich? Was ist mit dem Kollegen? 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 So, ich, machst du mit dem noch was? Und dann war es so nur so ein trauriges, so, ach, so, weißt du, der Erste kriegt eine Frau, heiratet, so, dann siehst du den nicht mehr. Dann der nächste Frau heiratet, siehst du nicht mehr. Dann kriegen die auf einmal alle Kinder und man versucht sich noch irgendwie zu treffen und auf einmal triffst du dich halt nicht mehr, weil du gar keine Zeit mehr irgendwie findest, alle zusammen, dass man sich mal sieht und dann siehst du den einen Kollegen vielleicht doch nochmal, aber am Ende hat die Frau gesagt, wir müssen zu meinen, zu den Schwiegereltern am Wochenende und dann das nächste Wochenende wollen mich aber meine Eltern sehen, dann habe ich aber auch noch eine Schwester und meine Cousine heiratet, so, und dann, und dazwischen sind die halt alle arbeiten, und keiner hat halt Bock, sich für eine Stunde irgendwo aufbiegen und Böhrchen dann zu treffen. Also das ist die auch. Das ist aber die klassische Geschichte, also die erste Geschichte ist so der Klassiker. Der Klassiker. Das ist doch, na, ja, weißt du, und dann sind die da von neun bis fünf am Arbeiten und dann trinken sie noch ein Bier und dann gucken sie noch und am Wochenende müssen sie sich alle betrinken, damit sie mit der Scheiße irgendwie klarkommen. Das ist, ganz ehrlich, das ist die typische Geschichte, die Selbstständige erzählen. Die habe ich aber nicht erzählt. Nein, also ich habe es jetzt, ich mache es jetzt sehr plakativ, aber das ist die typische Geschichte, die die Selbstständigen sich erzählen, um sich selber zu vergewissern, dass sie halt auch das Richtige tun. Doch, was besseres. Sagt der Selbstständige. Sagt der Selbstständige, ja, ey, ich habe, ich bin auch gerne Selbstständiger, aber es ist doch, es ist doch das Typische und das finde ich ist, für mich spricht daraus immer bei, nicht bei allen, aber bei ganz vielen Menschen so eine Unsicherheit. Ich muss die ganze Zeit über die bösen Angestellten, also die bösen oder die lahmen oder die Opfer Angestellten reden, die schlecht machen, damit ich selber mich aber auch besser fühle, weil eigentlich, also ganz ehrlich, innen drin bin ich ja auch nicht glücklich und arbeite 16 Stunden und verhinde natürlich gutes Geld und habe mir meine Amex und meine Rolex und innerlich denke ich mir auch trotzdem, ich bin ein Lappen und deswegen ziehe ich die ganze Zeit über die Angestellten her, ich provoziere jetzt mal. Das, ja, das gibt diese Leute, ich weiß, es gibt aber auch Leute, die damit wirklich happy sind, auch okay, so, ja, und es gibt auch Leute, die, die sind vielleicht angestellt, die, die haben aber wirklich richtig gute Beziehungen und Freunde auf der Arbeit und genießen das total. Es ist ja, also das, 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 das eine schließt das andere nicht aus und man kann auch, also man kann als Angestellter ein geiles Leben haben und gute Beziehungen und man kann das als Selbstständiger, ich glaube, das gab einen Widerspruch. Wir sind manchmal so, das sind das, die Opfer da. Gut, das Beispiel mit dem Haus. Und dann verdienen sie noch nicht mal Geld und dieses Mindset, wann haben die neunmal zuletzt an sich selbst gearbeitet, ne, also meine Fresse und dann abends müssen sie sich betrinken, also ich betrink mich auch mal gerne, obwohl ich selbstständig bin. Also halten wir mal kurz fest, die sind sowohl Angestellte als auch selbstständige Opfer und jetzt ist man, weil wir alle die gleichen Probleme haben und Herausforderungen nur mit anderen Gesichtern oder halt anderen Themen und was ist, was ist jetzt die Lösung, aber da vielleicht rein, ich fühle mich gerade wie in so einem Markus-Lanz-Talk. Okay, alles klar. Da gehen wir jetzt noch mal tiefer rein. Also ich fand, das war jetzt das mit dem Haus und das sind ja so Lebenssituationen oder Ereignisse, wo sich, das hat jetzt fände ich gar nichts damit zu tun, und ob man jetzt selbstständig oder Angestellter ist. weil Selbstständige leben nur in Hotels oder unterm Karton. Also das sind Situationen, die passieren unter Selbstständigen, die selbstständige Freunde haben und unter Angestellten, die angestellten Freunde haben, weil die Lebens, also da finde ich es auch komplett okay, wenn sich die Lebensumstände wandeln und die anderen haben halt dann den Fokus auf Nestbau und Kinderkriegen und dann die beste Kita und ein T6 Multivan mit Age-Ausstattung, also dann gehen die, was ist der beste Kinderwagen, so die gehen in eine ganz andere Richtung und du selber so, ja, Business aufbauen und mach jetzt hier mein Ding und hab mir irgendwie eine coole Katze geholt, so und mach halt so dein Ding so weiter durch, also das heißt, die Beispiele, das kann so jedem passieren, aber genau wo ich drauf hinaus wollte, war mehr so dieses ursprünglich, okay, ich bin jetzt selbstständig und Unternehmer und andere sagen, hey, ich verstehe das nicht und ich finde das irgendwie uncool und wollen dir das schlecht reden und du sagst, okay, ich komme mit eurem Mindset oder wie man auch immer es nennt, nicht mehr klar oder merke, hey, wir kommen da irgendwie nicht mehr zusammen aufgrund dieser Business-Situation, jetzt gar nicht die äußeren Faktoren wie Haus und so, das war das, wo ich eben drauf hinaus wollte. Also mir ist das Thema voll verfehlt, ich vor allem, das ist ja sechs, Thema verfehlt ist ja sechs. Ja, aber es macht nichts zu. Ja, also ich habe, ich habe nicht viele Leute liegen lassen irgendwo oder das gab jetzt nichts, wo ich sagen musste, oh, das war jetzt irgendwie hart. Wir müssen mal kurz zu machen. Ja. Bei mir jetzt, Mein Coach. Ich, ich habe Leute, na, liegen lassen ist mir zu passiv. ich habe Leute aktiv ausgesenkt. Was hast du denn jetzt? Ich habe Leute aktiv aus meinem Leben entfernt. Ja. Das waren aber Angestellte und Selbstständige, als ich der Meinung war, dass mir das nicht gut tut. Aber das hat nichts mit dem Beschäftigungsstatus zu tun, sondern einfach mit, das tut mir nicht gut. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber ich habe niemanden aus meinem Umfeld entfernt, nur weil ich gesagt habe, dieses Angestellten-Mindset passt nämlich. Sondern ich gehe davon aus, dass wir alles tun, was wir tun und dass wir jede Entscheidung, die wir treffen, treffen, um glücklich zu sein. Vielleicht ist das auch das Fazit, von warum ich jetzt auch da so ein bisschen provokativ eingestiegen bin. Es gibt verdammt unglückliche Angestellte und die haben wir immer vor Augen. Aber es gibt auch verdammt glückliche. Und es gibt verdammt glückliche Selbstständige, die haben wir auch immer vor Augen. Aber es gibt auch verdammt unglückliche. Ich weiß es nämlich. Also viele von denen kommen dann zu mir. Und das ist nicht das eine, das andere schlecht. Die sind nicht alle unglücklich. Nein, die sind nicht alle unglücklich. Ich arbeite nicht mit ihm zusammen. Es kommen ja auch viele zu mir an, wegen ganz anderen Themen, weil sie ihre Mitarbeiter besser führen wollen oder sich einfach weiterentwickeln wollen. Das heißt nicht, dass sie das nicht mehr machen. Nein, nein, gar nicht. Aber gut, dass du es sagst. Das könnte jetzt falsch ankommen. Oder einfach, wo man effektiver sein will. Aber es gibt beides. Und es gibt beides auf jeder Seite. Und ich bin froh, dass ich auch angestellte Freunde habe. Aber wichtig ist mir, dass die schon ein bisschen die Selbstbeantwortung haben und dass die mit dem, was sie machen, grundsätzlich glücklich sind. Und dann ist das für mich doch völlig fein. Und dann weiß ich, dass ich mit denen jetzt halt kein Business-Brainstorming mache, weil das ist halt dann nicht so richtig sinnvoll. Aber ich kann doch mal zum Superdase jetzt noch ein Bier trinken. Das sind halt andere Themen. Das sind andere Themen. Das ist doch okay. Wisst ihr, was ich spannend finde, um halt hier so eine, um so die Wendung zu finden, weil wir sind ja eingestiegen damit. Okay, jeder sagt gerade, Selbstständigkeit ist geil. Und du hast gesagt, nö, Selbstständigkeit kann auch scheiße sein. Und jetzt sind wir so links und rechts so sehr mikromäßig reingedriftet. Makromäßig sind wir uns einig. Im Endeffekt kommt es auf den Menschen an. Und jetzt ist so die Kernfrage unserer Debatte, selbstständig sein oder angestellt sein. Ist gar nicht die Frage. Ist scheißegal, kann es alles sein, was du willst. Und jeder soll, darf und muss, auch jeden respektieren, ganz egal, was er macht. Wenn wir jetzt Menschen hier haben, die sagen, ich weiß gar nicht, was ich möchte. Vor allem, ich würde mal eher die Menschen nehmen, die so ein bisschen hin- und hergerissen sind von ihrem Umfeld vor allem, die keine eigene Meinung haben oder sich gar nicht wirklich sicher sind, was sie eigentlich selbst wollen. Weil die Menschen, die wissen, was sie wollen, die machen entweder A oder die machen B im Regelfall. Die lassen sich auch nicht unbedingt abbringen. Was würdest du oder auch du jetzt jemandem empfehlen, egal, ob er jetzt selbstständig ist und sich denkt, Alter, ich glaube, ich habe mich hier übernommen oder angestellt ist und sich denkt, ey, ganz ehrlich, noch mal irgendwie ein Jahr packe ich nicht, ich muss was anderes machen, aber es trotzdem nicht wissen, wir wollen das stehen. Ganz einfach mit Emotionen beschäftigen. Die Frage, selbstständig, angestellt, ist völlig falsch in dem Kontext. Das ist ja nur ein Vehikel. Was ist das? Wie will ich mich jeden Tag fühlen? Und wann fühle ich mich so? Ich bin einfach ultra happy, wenn ich ein One-on-One-Coaching machen kann. Das ist einfach was, was mich total erfüllt und mir Spaß macht. Dass ich selbstständig bin, liegt daran, dass ich ein Autoritätsproblem habe und einfach mein eigenes Ding machen will. Das hat nichts damit zu tun. Ich könnte das auch als Angestellter tun. Es gibt Angestellte-Coaches. Es gibt alles oder vielleicht nicht alles, aber das meiste auch Angestellte. Es gibt Leute, die sagen, ich will richtig was bewegen, ich will was in der Welt verändern. Das geht als Unternehmer in der Regel leichter als Angestellter. Aber das ist ein Vehikel. Am Ende geht es darum, was will ich tun, was erfüllt mich, was ist für mich sinnvoll und was macht mir wirklich Freude oder welches Gefühl auch immer ich haben will. Vielleicht ist es auch Verbundenheit, vielleicht ist es innere Ruhe. Darum geht es. Angestellt, selbstständig, scheißegal. Das ist ein Vehikel. Dahin, zu dem, was ich sinnvoll finde und wie ich mich fühle. Ist das eine Frage der eigenen Werte, die ich vertrete, die ich in mir habe? Ob das ein Weg für mich ist, zu gehen oder angestellt zu sein? Ich glaube, es ist eine Frage vom Sinn. Ich glaube, dass wir alle einen, nennen es einen Werten, nennen es einen Motiv, nennen es scheißegal, irgendetwas haben, was uns in der Tiefe antreibt und was wir einfach zutiefst sinnvoll finden. Für mich ist es, Menschen helfen das Richtige zu tun. Das ist als Angestellter ziemlich schwierig, weil da sagt mir jemand anders, was das Richtige ist. Deswegen war das für mich nie eine Option. Aber so ist es für mich. Für andere kann das was ganz anderes sein. Und ich merke, ich habe unglaublich Energie, wenn ich Menschen dabei helfen kann, das für sie rauszufinden. Und wenn ich das klar habe, was ist das, was mir wirklich Energie gibt und mich erfüllt, dann kann ich, also das ist der erste Schritt in meinen Augen, und dann kann ich weiterschauen. Und dann kann ich auch nach Gusto und nach Persönlichkeit vielleicht auch gucken, ist da vielleicht angestellt oder selbstständig oder was ist da das Richtige. Aber für mich wäre das der erste Schritt. Ich finde das da, in dem Zusammenhang habe ich eben noch gedacht, so spannend, so gut, weil du ja als Coach aktiv sagst, ich helfe Unternehmern dabei, glücklich zu sein. Also ich helfe nicht Unternehmern dabei, ihre Performance hochzuschrauben oder mehr Sales zu machen, sondern du sagst, hey, Unternehmer müssen auch glücklich sein. Also es ist ja so ein Vokabular, was irgendwie selten zusammen in einem Satz oder in einem Wertversprechen zusammen vorkommt. Deswegen finde ich das so bewundernswert und dachte gerade so, krass, das fällt wirklich irgendwie nie als Wort. Wie glücklich ist ein Unternehmer, Nick Geringer? Kommt auf die Tagesform an. So, wirklich. Ich bin schon sehr happy auf jeden Fall. Du bist aber auch so am Basislevel immer ziemlich her. Ja, ich bin schon echt sehr happy, muss ich sagen, mit allem, wie es ist und so. Also das Einzige, ich bin halt einfach nur verdammt unzufrieden. Also wirklich unzufrieden so einfach mit dem, was ich weiß, was ich kann und was wir alles noch hinkriegen können und hast du nicht gesehen und dem Punkt, wo man ist und was irgendwie so für Fehler auf dem Weg passieren und irgendwie für Hindernisse da sind, wo ich dann so denke, jetzt kannst du nicht sein, dann wird es wirklich... Da kriege ich dann halt Kult einfach. Und auch, vor allem auch bei den Sachen, die ich einfach aus Eigeninteresse machen möchte, umsetzen möchte, erleben möchte, sehen, erfahren möchte, wo ich denke, okay, da bedarf es noch etwas mehr Kapital für. Okay, dazu muss halt dann das Unternehmerische nochmal entsprechend laufen. Und das ist dann echt das Einzige, was mich dann unzufrieden macht oder halt auch mal mich in einen gewissen Unglücklichkeitsstate vielleicht mal zieht, wo ich so da sitze, so deep-hühling, so scheiße, vielleicht schmeiße ich den Vater raus und mache einfach nur alleine hier und lasst mich in Ruhe. Teste euch. Aber sonst bin ich echt ganz happy und jetzt, aber in der Vergangenheit war das auch anders, aber auch durch die Arbeit mit Flo und durch die Arbeit mit anderen Mentoren und vor allem eben das, was ich auch immer wieder sage, durch die Zeit und die Erfahrungen und Menschen, also mit der Zeit, machst du Erfahrungen und triffst Menschen, die helfen dir dabei, Erfahrungen zu machen und dann entwickeln sich halt Sachen, stellst dir neue Fragen, kommst zu neuen Erkenntnissen, stellst dir neue Fragen, kommst zu neuen Erkenntnissen, es werden andere Handlungen daraus und so habe ich dann gelernt, planbarer, mich glücklich zu stimmen, weil es ja, ja, geht zu tief, aber wenn man auch Flo's Formeln folgt, die ja wissenschaftlich belegt sind, wo er sagt, hey, wir haben hier bestimmte Glückshormone, Glückshormon A, machst du ABCDEFG, dann triggert es das, dann bist du glücklich, Glückshormon B, machst du ABCDEFG, dann bist du glücklich und dann sozusagen, ah, okay, ich fühle mich gerade kacke, was habe ich denn die letzte Zeit vergessen, ah ja, ich habe in letzter Zeit wenig gekuschelt, boah, weil Freundin zwei Wochen weg ist, ja, kein Wunder, dass ich mich korki fühle oder so, weißt du, weil mir dann Oxytocin fehlt oder dann irgendwie so, bin 15 Uhr schon müde am Einschlafen und denke so, oh, was für eine Scheiße, eigentlich muss ich noch acht Stunden arbeiten und dann so, oh, was habe ich nicht gemacht, ich war seit drei Wochen nicht mehr im Gym, alles klar, dann weiß ich mir viel Glückshormon C, weißt du, dann hast du es irgendwie so planbarer gemacht, so ein bisschen, ist natürlich nur ein Teil der Miete, das mal die Antwort, aber bevor wir hier wirklich final fertig machen wollen, was wir komplett ausgelassen haben, was er ja gar nicht fragen kann, weil ihm die Infos dazu fehlen ist, dass du ja einen Schlenker gemacht hast, nochmal ins Angestelltenverhältnis zu gehen und dann doch wieder raus bist daraus, also deshalb könntest du die Debatte eigentlich mit am besten nochmal so, für dich nur dich persönlich werden, weil, warst du angestellt, dann selbstständig, dann angestellt, dann selbstständig oder direkt selbstständig, angestellt, selbstständig? Ich war Schule, Abitur, Studium, im Studium, Selbstständigkeit, angefangen für zwölf Jahre, glaube ich, dann gesagt, okay, das ist mir aufgrund von persönlichen Lebensumständen, es hat sich einfach viel geändert in der Zeit, wäre jetzt zu breit, das aufzurollen, aber habe gemerkt, okay, mir wird das auch da als Selbstständiger zu viel, ich möchte die vorgegebenen Strukturen im Angestelltenverhältnis, weil ich gedacht habe, das ist meine Lösung, mich da hinzusetzen, zu kommen morgens, dann wird dir gesagt, was machst du, dann gehst du nachmittags, hast deine Zeit abgesessen, abgearbeitet und bist dann glücklicher dadurch, habe ich gedacht, habe ich gemerkt, ist nicht so, das heißt, ich habe mich anstellen lassen bei einem Kunden, habe nebenbei die GmbH noch gehabt, weil so schnell konnte ich sie nicht liquidieren, habe beides gemacht, war auch noch der zusätzliche Struggle, sei mal selbstständig und angestellt, das ist mir Mitte 30 auch nicht mehr der Jüngste für solche Experimente und habe gemerkt, ey, das ist überhaupt nicht meins, wenn das von oben halt, wie du es gesagt hast, vorgegeben wird, das, 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 mach das so, mach das so, guck mal da und nee, das können wir nicht, weil intern, und du denkst dir, als Selbstständiger könnte ich es vielleicht selbst in die Hand nehmen, könnte ein paar Sachen anders entscheiden, das heißt, ich habe da dann nochmal gesehen, ah, okay, ich kriege diesen Proof, dass ich von vornherein alles richtig gemacht habe, selbstständig zu sein, das hat nichts mit den Kollegen zu tun oder der Firma, es war alles super nice, aber ich habe da nochmal für mich gemerkt, in diesen zwei Monaten, shit, ne, du hast zwei Monate ausgehalten, ich habe zwei Monate ausgehalten, geil, also, okay, mein Körper hat irgendwann zugemacht, mein Körper hat irgendwann zugemacht, das war glaube ich schon nach sechs Wochen oder so, oder drei, dann nochmal nach sechs, wie gesagt, es hat auch ein paar andere private Zustände, die das beschleunigt haben, aber ich habe einfach dann, ich habe auch echt schnell gemerkt, ey, das ist nicht meine Welt und aus diesen Gründen und ich bin auch in den Zug, in die, vielleicht das noch zum Abschluss, in die Selbstständigkeit reingeschlittert, ne, ich hatte das gar nicht groß als Ziel, ich wollte mal angestellt irgendwo sein und ein Pressesprecher werden, für einen geilen Automobilladen, BMW, Ferrari, so was, oder irgendwie Pressearbeit machen, und habe gedacht, geil, Selbstständigkeit kam gar nicht in Frage und dann hat sein Kollege damals im Studium gesagt, hey, lass doch zusammenarbeiten, du kannst doch irgendwie gut schreiben, lass doch irgendwie uns zusammenlegen, brauchst nur ein Gewerbe, ein Gewerbe, da gehst du zum Gewerbeamt, zum Beordnungsamt, meldest du ein Gewerbe an, 20 Euro, zack, nächsten Tag war ich selbstständig, bin da so reingeschlittert, und denkst auch nicht drüber nach, wenn du irgendwie 22 bist, dann kommt, schreibt irgendwann das Finanzamt, hallo, hab dich angemeldet, wir hätten gerne Geld, äh, Finanzamt, achso, Rechnung muss ich schreiben, mit Rechnungsnummer und Datum, dann fängst du so an, ich bin da so reingeschlittert, hab gemerkt, ey, krass, das ist für mich, um mich so vollkommen ausleben zu können, genau das Richtige, muss ich selber fühlen können irgendwann, das ist dann so, man darf jetzt nicht jeden Tag sagen, oh, heute fang ich mal um 16 Uhr an, penn erst mal, nee, da sind auch wichtige Sachen, die darf ich halt nicht verschlafen, da muss ich mich halt auch um ein paar Regeln halten, aber, um es zum Abschluss, zum Schluss zu bringen, ich hab's da einfach nochmal komplett gemerkt, was sind die zwei unterschiedlichen Welten, was möchte ich nicht, und was möchte ich auf jeden Fall, und das ist selbstbestimmt, höchster Wert bei mir ist auch Freiheit, das heißt, für mich ist so Unternehmertum, genau das Richtige, für wen anders vielleicht nicht, seitdem weiß ich es noch viel eher, dass es halt für viele Leute auch nichts sagen kann. Ist das so, worauf du drauf hinaus wolltest? Ja, nee, alles cool. Ich wollte drauf gar nichts hinaus, ich wollte es nur kurz nochmal, einbringchen in die lustige, spontane Runde. Hast du noch was, ansonsten machen wir Feierabend? Nee, ich hab Hunger. Das hab ich. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören, schreib doch gerne in die Kommentare, was du von der Debatte hier hältst, beziehungsweise was deine Meinung dazu ist, lass ein Abo da, klick auf den ersten Link in der Beschreibung, und ich freue mich, bis dann, ciao. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.